Aaaaaaah! Nächste Challenge ist Treffsicherheit. Latte schiessen. Jeder von euch hat 10 Versuche. Zählt wird nur die, die wirklich die Latte treffen. Im Stand raus schiessen. Und ihr füllen zum Go schauen. Okay, let's go! Oh Mann! Ha ha ha! So viel, ich weiss mal. Ist das auch schlecht? So, den haben wir ihn doch. Nach Abschluss der Challenge Treffsicherheit gibt es für jeden von euch einen Punkt. Das geht im Moment unentschieden. Und jetzt gehen wir noch in die Halle und machen das dort mit Handball. Der Ball muss an die Latte und zurück ins Feld. Vor allem, damit es zählt. Geworfen wird hinter der roten Linie. Oh, ganz schlecht. Ja, komm jetzt! So, Lerner. Danke. Tschüss.